Nach Ani der Dack braucht YouTube Deutschland ein neues Opfer und das könnte jetzt Simon Unge sein, beziehungsweise ein paar Frauen in seinem Umfeld. Ich habe es nur so ganz bisschen auf Twitter mitbekommen. KuhnTV hat jetzt ein Video dazu gemacht, das schauen wir uns an. Ich habe mich speziell gegen das Video von Alpha Kevin entschieden, weil das Video von KuhnTV neuer ist und ich denke, vielleicht ist es aktueller, aber keine Ahnung. Das von Alpha Kevin ist bestimmt auch super. Lasst gerne ein Abo und Like da, würde mich ultra freuen. Und folgt mir auf Twitch gerne. Die ganzen Leute hier, die brauchen euch. Let's go. Jo Freunde der Skandale, Unge ist momentan gar nicht nach. Party, partout. Party, partout. Party, partout. Party, partout. Zugute, denn Mittwochabend hat er auf Twitter die Bombe platzen lassen. Ich mache das Video hier natürlich nur in der Hoffnung, dass ich irgendwann wieder mit meinem Sohn zu seinem Bauernhof darf. Ich meine, guckt euch. Ist das wirklich sein Sohn? Süß. Dieses Bild an. Sind sie nicht einfach niedlich gewesen? In einem viel zu langen Twitter-Thread hat er nämlich seine Erfahrungen mit zwei Zuschauern und einer Ex-Freundin geschildert, die momentan eine Schmierkampagne gegen ihn fahren sollen. Und ich weiß, was ihr euch denkt. Halbe Bibel, ganzer. Aber wir gucken uns das Ganze hier einfach mal ein bisschen runtergebrochen an und schauen einfach mal. Hat Unge hier recht oder ist der ein? Also ich muss wirklich sagen, von ganz YouTube Deutschland hat KuchenTV wahrscheinlich so mit am meisten Geld. Der ist auf jeden Fall ganz oben dabei. Aber trotzdem sind alle seine Klamotten so unfassbar ugly. Kuchen, mein Bester. Okay, ich sitze hier auch gerade in einem Celtics-T-Shirt. Ist das auch nicht krass? Aber was ist das, Bro? Was ist das? Sag es mir bitte. Ich brauche hier meine Augen krepieren dabei. Sehr böser Junge. Aber dafür sieht sein Bart sehr männlich aus heute. Unge hat einen Tweet geteilt, wo jemand sein persönliches Highlight der aktuellen Ani-Thematik gepostet hat. Während Unge schrieb, meine Fans sind fett und schwitzen, hat Tanzrobot geantwortet mit, bin Fan und kann bestätigen. Jemand hat dann darunter kommentiert, Unge ist selbst Top 1, der so ein Influencer auf... Ey, Nameless. Ich danke dir für den Prime Gaming Sub im zweiten Monat. Vielen, vielen Dank für den großen Support. Du bist der Beste, wirklich. Fühl dich gedrückt, ist wirklich toll mit euch und du bist ein großer Teil davon. Du bist ein riesiger Teil. Vielen, vielen Dank, Mann. ...dera. Heftige Anschuldigung, wenn man bedenkt, dass MikiTV auch auf Madeira wohnt. Die Beste? Die Beste, der Beste. Wir einigen uns auf das Beste. Nein, du bist die Beste, sorry. ...dann gefragt, hä, wieso? Legit mit Nazis befreundet und promotet andere M-M-M-M-Söhne und hat mehr als nur eine seiner Freundinnen... Das hab ich auch gesehen. Der Typ hat sich jetzt aber entschuldigt. Also dieser Franz hat sich jetzt anscheinend entschuldigt. Hab ich zumindest auf Twitter gelesen. Der hat Unge eine dicke E-Mail geschickt. Ähm, aber Legit mit Nazis befreundet ist auf jeden Fall... Ja, ist eine Anschuldigung, sag ich mal. ...auf ähnliche Art und Weise, wie Animes handelt. Like, guck dir mal Rachels Tweets an seit gestern. Und genau das hab ich natürlich erst mal... Boah, das hab ich nicht mehr bekommen. Rachel ist doch seine letzte Ex-Freundin sogar. Diese, ähm, die, diese... Boah, boah, kam die noch mal Philippine oder irgendwas war doch da in die Richtung. Also eigentlich, also sie kommt aus Deutschland, aber sie hat, glaub ich, so philippinische Wurzeln oder so war da nicht irgendwas in die Richtung. Ich hab da nur ein paar Videos mit ihr gesehen, aber ich fand die eigentlich super nett, muss ich sagen. Aber keine Ahnung, was danach passiert. Ich glaub, es war sogar eine Zuschauerin von Unge, mit der er dann quasi zusammengekommen ist. Irgendwie so in die Richtung. ...gemacht. Und anscheinend hat Rachel Tweets gepostet, die zwar offensichtlich auf Unge bezogen sind, ohne aber seinen Namen zu nennen. Unter anderem wurde dort folgendes geschrieben. Das erste, worauf ich beim Kennen der Nacht ist das Aussehen, hab früher eher auf den Charakter geachtet, wie gut man zusammenwiped, bis einer dabei war, der seinen Charakter so bodenlos verstellt hat, für mehrere Monate, dass ich darauf nicht mehr fand... Oh-oh. Okay, das ist natürlich... Das ist eine schwere Anschuldigung, sag ich. Ach, das kann ich absolut nachvollziehen. Mit meinem Finanzberater ist damals genau das gleiche passiert. Herzlich willkommen auf dem Kanal, Erfolgreich. Fire good, ey. Mit Alpha Kevin der Grund, warum ich hier heute sitze. In diesem Video zeige ich dir mein P2P-Tracking. Ich habe dafür extra eine Excel-Tabelle hier angelegt, mit ein paar coolen Rechnungen. Unter diesem Tweet hat sie dann noch einige Antworten gegeben, wie zum Beispiel das hier. Der hätte wenigstens nice aussehen können. Okay, also, es geht definitiv um Unge. Wenn der mich schon so verarscht, aber wenn der optisch eigentlich nicht mein Typ ist, lasse ich mich nicht mehr darauf ein. Nur weil sein Charakter so toll ist. So meinte ich das. Dazu noch folgende Antwort. Willkommen im Club oder so. Dazu, dass Nia anscheinend emotional missbraucht worden ist. Und als letztes haben wir dann noch... Kennt ihr das? Wenn ihr gern was sagen würdet, es sich aber anfühlt, als würde euch jemand die Kehle zudrücken. That's me, R.N. Kenn ich auch... Right now, by the way. Auf jeden Fall so ähnlich... Also, er weiß das schon, ne? Das wäre klar, aber falls jemand von euch das nicht weiß... ...vom Geschlechtsverkehr. Weil es sind natürlich auch einige Rentner anwesend, ne, Josef? Die Frage ist, was sagt jetzt Unge dazu? Und ich werde das jetzt nicht komplett vorlesen, weil das ist wirklich super viel, aber ihr könnt einfach auf sein Twitter-Profil gehen. Anfangen tut alles mit folgender Aussage. Fangen wir mit Zuschauerin 1 an. Nairu-Kiki. Sie ist circa seit dem Ungeklickt-Streams auf YouTube aktiv im Chat gewesen und hat in dieser Zeit immer mal wieder Donations während des Streams gemacht. Nach einer Weile bin ich ihr auf Social Media gefolgt und wir sind etwas in Kontakt gekommen. Zu dieser Zeit hatte sie einen Freund, von dem sie schwanger war, und die beiden haben einen Urlaub auf Madeira gemacht und gefragt, ob wir uns nicht mal gemeinsam zum Essen treffen wollen. Ich habe zugestimmt, aber wollte nicht alleine hingehen, weil ich sie nicht so gut kannte und habe noch einen guten Freund, der ebenfalls Simon heißt, mitgebracht. Wir waren dann zu viert essen und haben uns danach verabschiedet. Das war, zum Glück, das erste und einzige Mal, immer diese Seitenhiebe, dass ich Kiki im Real Life getroffen habe. Dazu hat er anschließend noch Folgendes geschrieben. Wir waren dann weiterhin ab und zu in einem Austausch, aber nicht super regelmäßig, bis zu dem Zeitpunkt, als sie mir erzählte, dass sie sich von ihrem Freund getrennt hat, weil die Beziehung sehr toxisch sei. Damals dachte ich mir, oh je. Trecepio, vielen, vielen Dank für den Sub. Nach der Reaction nochmal mit Sound. Vielen, vielen Dank, Mann, wirklich. Die Arme, ich möchte ihr irgendwie helfen. Im Nachhinein habe ich von sehr engen Freunden von ihr erfahren, dass sie ihre Beziehung unter anderem deshalb beendet hat, weil sie so obsessed war und gehofft hat, dass wir zusammenkommen. Ob das stimmt, kann ich nicht sagen, aber vorstellen kann ich es mir mittlerweile, weil im Nachhinein noch so viele kranke Lügen über diese Person rauskamen. Sorry. Das ist schon wirklich krass, muss man sagen. Vor allem, dass, also, wenn sie schwanger war, vom Freund getrennt, okay. Und dass sie sich eigentlich getrennt hat, weil sie so krass an Simon Unge quasi gehangen hat, quasi so einen Promi-Crush hatte, dass es wirklich heftig wäre, wenn man schwanger ist. Bro, du hast mit deinem Freund, bekommst du ein Kind und dann verlässt du das, weil du das, den, weil du Hoffnung hast, mit einem Promi zusammenzukommen. Also, da muss ja, da muss ja irgendwas, also irgendwas ist da ja schon krass faul. Kann ich nicht sagen, aber vorstellen kann ich es mir mittlerweile, weil im Nachhinein noch so viele kranke Lügen über diese Person rauskamen. Sorry auf jeden Fall für dieses Video. Das ist eine absolute Wall of Text, aber ich konnte das hier auch nicht zusammenfassen. Den Rest werde ich euch aber zusammenfassen, weil sonst geht das Video hier zehn Minuten. Es geht eh zehn Minuten, ich meine länger. Sie hatten dann irgendwann mehr Kontakt und sie haben auch hin und her geflirtet, uhlala. Anscheinend hat sie dann... Ich kann das nicht mit KuhnTV, wirklich. Wer benutzt uhlala? Das ist... Wirklich, KuhnTV macht mich kaputt, sage ich. Verquatscht. ...der auf das Thema Ha-Ha-Hi-Hi ins Spiel gebracht, was er aber höflich ablehnte. Und das will ein Mann sein, ey, unfassbar. Der Kontakt ist dann irgendwann eingebrochen und später ist er dann mit Rachel zusammengekommen. Das ist die hier. Die Beziehung war das erste Jahr nicht öffentlich, anschließend aber schon. Hier soll sich Kiki dann wieder gemeldet haben und Unge hatte schon gehört, dass sie privat extrem viel über ihn abgelästert hat, weil sie mit der Zurückweisung nicht klargekommen ist. Sie hatte sich... Das kennen wir doch irgendwoher. Anni und... Helf mit, Chad. Wie heißt sie? Wie heißt sie? Ähm... Kor... Koras? Ne, äh... Eva... I... 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 Iphas Chor? Iphas Chor? Da war doch was mit Ipha, danke. Da... Da war irgendwas. ...sich dann gemeldet mit dem Vorwurf, warum er denn keine öffentliche Beziehung wollte. Jetzt aber schon. Und warum nicht mit ihr? Anfang 2023 wurde die Beziehung mit Rachel dann beendet. Und er war komplett am Ende. Unter anderem, weil auch so ihm Sachen gesagt wurden, wie, dass er einfach nicht genug gewesen ist. Er schreibt dazu, dass er nur ein Sprungbrett für Reichweite und Geld war. Sie anfangs sagte, er sei ihr Traummann, am Ende war er aber gar nicht mehr ihr Typ. Also genau das Umgekehrte, ne? Sie hat ja quasi in ihrem Tweet gesagt, dass sie ihm... dass er ihr was vorgemacht hat. Und jetzt sagt er, sie hat ihm was vorgemacht. Bro. Oh, ich bleib single, wirklich. Eigentlich war ich ja krass auf der Suche. Ich habe fünf Dating-Apps auf meinem Handy. Ich bin krass im Game gewesen, aber ich benutze meine Dating-Apps jetzt schon seit ungefähr 22 Minuten nicht mehr. Ich habe aufgehört. Und ich glaube, ich sollte auch für immer aufhören. Das ist es nicht. Wenn ich mir das hier anhöre, das ist es nicht. Klar benutze mich keine Frau für Reichweite, weil ich keine habe, aber trotzdem. Also es gibt... Ich habe Angst. Relativ früh... Fünf Apps, kein Dating-App. Ähm... Judging, bitte. ...Ging es wohl schon um das Thema Verlobung und es muss natürlich ein teurer Ring sein. Klar, was auch sonst. Liebe zeigt sich ja, Bekannter... Warte, was stimmt da? Es konnte alles nicht schnell genug gehen und so kam schon recht früh das Thema Verlobungsring auf. Weil ihre Mutter Russin sei, wird erwartet, dass es ein teurer Ring ist. What the fuck? Ja, also meine Ex-Freundin ist auch Russin und ich muss sagen... klar sind das alles sehr große Stereotypen, was so Osteuropäerinnen angeht und das Geld. Aber man muss schon ehrlich sagen, ist... Natürlich nicht für alle, aber... oftmals bewahrheitet sich das schon, um ehrlich zu sein. Was ich aus meiner Erfahrung weiß und auch von einigen anderen, dass da leider immer noch so materielle Sachen ganz, ganz oben stehen in die Richtung. Aber wie gesagt, das hat sich auch voll geändert bei vielen, aber trotzdem... ...muss natürlich ein teurer Ring sein. Klar, was auch sonst? Liebe zeigt sich ja bekanntermaßen durch einen teuren Verlobungsring. Er schreibt weiter, dass es emotional sehr zermürbend gewesen ist und es auch sehr oft Streitigkeiten gegeben hat. Anscheinend hat er auch einmal laut geschrien und ihre Katze rausgescheucht, für was er sich selber heute noch schämt, aber es gab keine körperlichen Auseinandersetzungen. Sie meinte wohl auch mal zu ihm, dass sie der Meinung sei, sie hätte narzisstische Züge und ohne jetzt eine Diagnose stellen zu wollen, gibt es dazu wohl auch einige Parallelen. Nach der Trennung ging es ihm dann so schlecht, dass er sich erst einmal ein Jahr zurückgezogen hat und unter dem VTube Avatar reich gestreamt hat. Rachel, seine Ex, war da auch sehr oft im Chat unterwegs und um den Frieden zu wahren und kein Drama zu machen, hat sie VIP bekommen, um zu zeigen, Hey, yo, man, alles gut zwischen uns? Dazu dann diese Chatnachrichten. Links waren sie noch zusammen, rechts nicht. Und du warst im Modus. Meine Mutter sagt auch, guter Fang, Warte mal ab, bekommst du heute Schläge. Geht in eine Notfallklinik. Haha, great hit, very nice. Okay, I think I need some sleep. Now was very nice to see you all again. Have great night. Okay, viel auf andere Beziehungen. Good night, see you next time. Ja, und man merkt, nach der Trennung ist sie so viel liebevoller und netter, wären sie. Milenchen natt, Beziehungsanfragen, dann per Instagram. Genau, bitte mit Lebenslauf und Motivationsschreiben. Danke. Vorher die ganze Zeit gefrontet hat. Jetzt wird es aber besser, meine Freunde. Also kranker, aber vor uns besser, weil es lustiger ist. Hunger. Ah, Junge, wirklich, ich muss sagen, KuchenTV hat sich in letzter Zeit krank gesteigert. Ich muss sagen, ich war lange raus, was KuchenTV angeht. Bitte lass es einfach. Sorry. Ich war lange raus, was KuchenTV angeht. Ich habe ihn wenig geschaut, gar nicht geschaut, wenig gefeiert, aber in letzter Zeit, der Mann ist viel lustiger geworden, hat immer noch einen Kack-Style, aber ich sage, er ist so auf einem guten Weg. Real Talk, KuchenTV-Macher. Er wird das niemals sehen, aber muss man auch mal Props da lassen. Einfach nur aus persönlicher Viewersicht. Er hatte dann eine neue Beziehung, die komplett aus der Öffentlichkeit rausgehalten wurde, was jetzt laut Unge von einer dritten Person, und zwar Rita, extrem angegriffen worden ist. Da versucht wurde, das Ganze zu exposen, und zwar folgendermaßen. Sie hatte sich eine Fake-Account bei Twitch gemacht, und sowohl bei ihm, als auch bei der Freundin von Unge, die übrigens auch Streamerin... Moment, ich raff hier gar nichts mehr. Ich habe zu viel KuchenTV gelobt. ...wurde. Was jetzt, die Geis. Unge hatte dann eine neue Beziehung, die komplett aus der Öffentlichkeit rausgehalten wurde. Bro, der Typ hat alle zwei Minuten Beziehung. Macher. Was jetzt laut Unge von einer dritten Person, und zwar Rita, extrem angegriffen worden ist. Da versucht wurde, das Ganze zu exposen, und zwar folgendermaßen. Sie hatte sich eine Fake-Account bei Twitch gemacht, und sowohl bei ihm, als auch bei der Freundin von Unge, die übrigens auch Streamerin ist, gleichzeitig reingeschrieben, dass der jeweils andere geleakt hat, dass die beiden zusammen sind. Sie hat allerdings einen Fehler gemacht, und bei der Erstellung die gleiche E-Mail, wie mit ihrem Hauptaccount genutzt, und als der Fake-Account im Chat gesperrt wurde, konnte dann auch komischerweise Rita nicht mehr mit dem richtigen Account reinschreiben, weil er halt mitgesperrt wurde. Dazu hat... Wie kann man so hohl sein? Da muss man doch... Ach Junge, ich kann das alles nicht mehr. Wirklich, die können nicht mal Fake-Haten ordentlich. ...hat Unge auch dieses Video hier angehangen, wo man sehen kann, dass dieser Loose, also der Fake-Account, tatsächlich genau diese Videos reingepostet hat. Aber Rita hat natürlich den 500-EQ-Move gemacht. Und zwar hat laut ihr jemand einen Account über ihre E-Mail-Adresse gemacht, und als der dann gesperrt wurde, wurde sie halt mitgesperrt. Und sie hat Angst, weil jemand hat ihre IP-Adresse benutzt. Hilfe! Hilfe! Gott, Alter, diese Lüge ist so schlecht! Das gibt mir richtig so Vibes von. Kennt ihr das, wenn jemand so, keine Ahnung, Hurensohn oder so in den Chat schreibt, dann wird der gebannt, dann schreibt der so einen Entbannungsantrag. Sorry, mein kleiner Cousin hat das geschrieben. Mein Cousin. Einfach genau das. Okay, sie sagen also, jemand hat ihre E-Mail-Adresse gehackt, um sich einen Twitch-Fake-Account zu machen, um dann sowohl bei Unge Alt auch seiner Freundin reinzuschreiben, dass jeweils der andere gesagt hat, dass die zusammen sind? Ja, genau so war's! Unfassbar, oder? Warum sollte sich ein Hacker die Mühe machen, eine E-Mail zu hacken, um dann darüber einen Twitch-Fake-Account zu erstellen, um diese Nachrichten sowohl bei Unge... Ja, sorry, mir war langweilig. Sorry, ich war der Hacker. Ja, mir war einfach langweilig. Ich hatte Bock, die einfach so ein bisschen zu fronten. Ich hatte Bock, ich musste mir selber ein YouTube-Video erfarmen. Deswegen bin ich jetzt hier. Ich farm mir quasi, ich bereite meine eigenen Videos vor, indem ich das Gift sähe. Und das habe ich gemacht. My bad. Als auch bei seiner Freundin reinzuschreiben. Er hätte doch genau das Gleiche machen können mit einer Fake-E-Mail. Warum sollte er sich dann so eine Mühe machen? Dazu hätte der Hacker ja auch erst mal von dieser nicht-öffentlichen Beziehung gewusst haben müssen und dann einfach random diese Rita als Opfer raussuchen müssen, um sich da reinzuhacken. Rita hat sich dann an eine Mod von Unge gewandt und gemeint, ein Hacker hat ihr ganzes Netzwerk infiltriert. Inflitriert? Ein Hacker hat ihr Netzwerk infiltriert, aber zum Glück ist ihr Vater ITler und sie konnten das Problem fixen. Oh nein. Aber ihr Vater ist ITler und konnte das fixen. Klar, ein heftiger Hacker hat sich natürlich in das komplette Netzwerk von ihr reingehackt, um am Ende dann einfach nur einen Twitch-Fake-Account zu erstellen. Ja, wahrscheinlich, oder? Danach wurde diese Rita privat mit falschen Informationen gefüttert, um zu gucken, mal sehen, wer das dann alles zufällig auch weiß. Und auf einmal wusste Kiki, die erste Zuschauerin auch davon, dass die getrennt gewesen sind, obwohl das halt eine Fake-News war. Zu beobachten war laut Unge ebenfalls, als dass Rachel bis zum Jahresende 2023 noch aktiv im Chat gewesen ist und erst als sie Ende des Jahres den Kontakt zu Kiki und Rita bekommen hat, sie plötzlich allen davon erzählt, dass das ja die schlimmste Beziehung ever gewesen ist. Rita selber hat übrigens auch gepostet, dass sie ja die männliche Anni kennt und er genauso schmutzig gewesen ist. Zum Abschluss schreibt er noch, dass seitdem er denen dann entfolgt ist, diese Vorwürfe ohne Names gedroppt worden sind, sich das aber seit der Anni-Thematik geändert hat und die jetzt ihn auch öffentlich mit Namen fronten. Bisher gab es halt noch kein Statement von dem Betroffenen... Okay, krass. Klingt so als, ähm, als weh. Also das auf jeden Fall, was hier gerade mit diesem Fake-Account war, das muss ja gelogen und erstunken sein. Was halt mit diesen Gefühlen von Rachel ist, dass sie sagt, ja, ich, also dass sie halt Unge quasi, dass sie meint, Unge hat dir was vorgespielt, da wissen wir halt gar nichts. Aber ich meine, wenn das alles schon in die Schiene ist, dann liegt es natürlich auch nahe, dass das auch eventuell nicht so passiert sein könnte. Aber wissen wir natürlich nicht. ...betroffenen Personen nur ein Tweet und zwar hat diese Nairo, also Kiki, gepostet, dass sich das alles bald aufklären wird. Sollte bis Sonntag von den betroffenen Personen noch ein Statement kommen oder irgendwas anderes noch öffentlich werden, dann packe ich das natürlich in die Cake-News. Was kann ich jetzt aber abschließend dazu sagen? Da wir bisher natürlich nur eine Seite gehört haben, ist es relativ schwierig, sich jetzt ein komplettes Urteil davon zu bilden. Die Frage, die wir aber beantworten können, ist das, was Unge geschrieben hat, glaubwürdig oder nicht? Und ja, meiner Meinung nach ist es komplett glaubwürdig, was Unge da geschrieben hat. Alleine diese Story mit dem Hacker ist halt so... Ja, denke ich auch. Also das Einzige, was halt sein kann, ist, was diese Rachel geschrieben hat, also seine Ex-Freundin, was halt sie, wie sie die Beziehung empfunden hat. Das kann halt stimmen so. Da würde ich sagen, da würde ich mich jetzt nicht ganz darauf verlassen, was Unge sagt. Also, dass ich das jetzt uneingeschränkt glaube. Aber was diese zwei anderen Kolleginnen da angeht, da würde ich auch sagen, das klingt, das da finde ich auch Unge 100% glaubwürdig. Beim anderen auch, aber da muss man halt trotzdem noch mal die andere Seite hören. Unlogisch, löchrig und macht gar keinen Sinn, dass es keinen Sinn machen würde, da zu lügen. Vor allem konnte er das ganze Jahr mit Chatnachrichten auch belegen, dass das so passiert ist. Unge selber hat dazu auch noch geschrieben, dass er sehr viele private Nachrichten, Belege, Indizien, Beweise und so weiter gespeichert hat und sollte die andere Seite jetzt weiter versuchen, Sachen zu verdrehen oder zu lügen, dass er die Sachen dann veröffentlichen kann. Und ich gehe mal davon aus, dass Unge da jetzt nicht lügen wird, weil so würde ich ihn nicht einschätzen. Für mich sieht es tatsächlich so aus, als ob ja einfach eine krasse Schmierkampagne gegen Unge gefahren wird und jetzt diese Ani-Thematik dafür genutzt wird, um dann noch mehr Reichweite drauf zu bekommen, weil Unge ja mindestens genauso ekelhaft ist. Ich meine, es ist schon ein bisschen komisch, dass für Rachel, dass die schlimmste Beziehung aller Zeiten gewesen ist, sie aber trotzdem weiter freudig jeden Stream von Unge geguckt hat. Naja, gut, das muss jetzt nichts heißen, aber es wirkt schon komisch, dass sie jetzt damit angefangen hat, nachdem sie mit Unges zwei Haterinnen, in Anführungszeichen, in Kontakt kam anscheinend. Schwierig, würde ich mal sagen. Also es wirkt schon wie ein unfassbarer Zufall. Und da auch im Chat aktiv gewesen ist. Also wenn ich das so belastet hat, dann würde man sich doch nicht die ganze Zeit mit dieser Person abgeben oder den unterstützen und gucken. Auch so Dinge, wie dass Unge privat jemandem erzählt hat, dass sie getrennt sind, was gar nicht richtig gewesen ist und dass dann plötzlich auch andere Beteiligte wussten, lässt halt schon den Schluss zu, dass da eigentlich versucht wird, einfach nur Unge irgendwie zu schaden. Sollte das Ganze tatsächlich so stimmen, dann wünsche ich Unge auf jeden Fall viel Kraft und ich hoffe für ihn, dass das Thema damit abgeschlossen ist. Ich muss aber leider sagen, realistischer ist es, dass die jetzt erst anfangen und wahrscheinlich in den nächsten Tagen irgendwelche Statements posten mit heftigen Vorwürfen, wo Unge dann wieder irgendwas zu sagen muss. Ja, denke ich auch. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das jetzt auf sich sitzen lassen. Ich glaube, da rauchen einige Köpfe aktuell und zwar nicht die von den nächsten Shisha-Bar, wie sie damit umgehen sollen. Was ist eure Meinung dazu? Schreibt es mir in die Kommentare. Meine Meinung ist, dass dieses Schiff hier so aussieht, als wäre es von Papa Platz und Riest geklaut. Ich stelle es nicht auf bei Papa Platz im Hintergrund. Ist da etwa ein Dieb am Start? Ne, war ein tatsächlich sehr gutes Video, muss ich sagen. Es gibt auf jeden Fall einen verlikten Like und ich bin sehr gespannt, was dazu kommt. Ich denke, wenn du noch ein Statement von den drei KandidatInnen kommt, vier KandidatInnen, dann werde ich da auf jeden Fall noch mal was zu posten. Ist Unge mit seiner aktuellen Freundin noch zusammen? Weiß man das? Also ist es öffentlich? Ich muss sagen, ich verfolge Kuchen Unge nicht mehr. Aber ja, sehr gutes Video. Lasst ein Like und ein Abo da und schaut bei KuchenTVs Video dabei. Alles Gute für Unge. Ich hoffe, das Ganze klärt sich so schnell wie möglich. Und ja, nur Liebe. Danke fürs Dabeisein. Lasst ein Like und ein Abo da. Hab ich schon gesehen.